Rentner bucht einen FKK-Urlaub all inklusive. Er fiebert dem Urlaub entgegen und ist schon ganz nervös. Endlich ist es soweit und es geht los. Schon beim Betreten der Hotelhalle haut es ihn von den Socken. Alle Gäste und auch die Hotelangestellten laufen völlig nackt durch die Gegend. Ein junges nacktes Mädchen bringt ihn auf sein Zimmer. Sie wünscht ihm einen schönen Aufenthalt, erinnert ihn aber noch einmal daran, dass er alle Annehmlichkeiten des Hotels nutzen könne, sofern auch er nackt sei. So begibt er sich nackend an den Pool und sieht all die schönen Mädchen. Sofort trägt sich sein bestes Stück, woraufhin sich eine Dame sofort von ihrer Liege erhebt und ihn anspricht, Sie haben gerufen? Er ist ganz verdutzt und weiß gar nicht, was er sagen soll. Nun sagt sie, Ihre Erektion bedeutet bei uns, dass Sie Sex haben wollen. Möchten Sie mit mir aufs Zimmer gehen? Das geht ja gut los, denkt er und verbringt eine herrliche Stunde auf dem Zimmer. Während er sich von seiner Erschöpfung erholt, denkt er, ein kurzer Saunagang wäre jetzt nicht schlecht und so macht er sich auf den Weg. Die Sauna ist vollkommen leer. Klasse, denkt er, alles für mich alleine, da kann ich mich richtig entspannen. Als er so eine Weile liegt und immer noch niemand dazugekommen ist, lässt er erstmal ordentlich einen fahren. Sofort geht die Tür auf und ein hühnenhafter Neger kommt herein. Sie haben gerufen? Der Alte ist wieder ganz verdattet. Furzen ist bei uns das Zeichen, dass Sie es einmal richtig von hinten besorgt haben möchten, sagt der Neger und vernascht den Alten sofort. Am nächsten Morgen steht der Alte angezogen und mit gepacktem Koffer in der Hotelhalle. Ich möchte abreisen, sagt er zu dem Mädel an der Rezeption. Aber warum denn? Fragt sie, Sie haben doch eine ganze Woche all inklusive gebucht. Daraufhin sagt der Rentner, wissen Sie junges Mädel, ich bin in einem Alter, wo ich einmal in der Woche einen Ständer bekomme, aber zehnmal am Tag furzen muss. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.